So, herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017 und wie der Titel schon verraten hat, geht es hier um den größten Hackschnitzelhaufen im LS17, den es glaube ich zur Zeit gibt. Ihr müsst euch das anschauen. Ich habe das mit Freunden gemacht und der ist noch nicht fertig. Es ist gerade schlechtes Wetter, aber das ist egal, schön Licht ein. Seht euch diesen Berg Hackschnitzeln. Das ist unglaublich. Hier alles voll. Dafür haben wir auf der Karte Slovoska, ich glaube so spricht man das aus, diesen gesamten Wald hier abgeholzt. Hier sind noch ein paar Baumstürme, die müssen wir noch weghexeln. Bei der anderen Seite sind wir gerade dabei, das habe ich gesagt, der ist noch nicht fertig. Der wird noch viel größer. Als Hacker haben wir benutzt den Jens BA725, einmal gezogen von einem Deutz-Fahrer, 93-40er. Dann als Stockfräse haben wir hier ebenfalls ein Deutz, den Agrostar 661 und dann haben wir noch den zweiten Häcksler, man sieht, der ist länger im Betrieb gewesen, gezogen von einem Fendt-39-Vario. Dann haben wir gearbeitet mit zwei Harvestern, Sponsor, Scorpion, King, einmal mit Ketten und einmal ohne. Und da sehen wir auch. Ja, ein paar Maschinen habe ich euch nicht gezeigt. Ich will jetzt nicht durchswitchen, weil ich werde euch noch ein bisschen zeigen, wie wir das alles gemacht haben. Aber im Großen und Ganzen möchte ich euch das hier mal nur zeigen. Es werden in den nächsten weiteren Let's Plays kommen. Hier haben wir einen Radlader von JCP, den TM320S zum Herumschaufeln. Ja, Abtransport wird erst erfolgen. Der wird dann verfolgen durch diesen MM-LKW und diesen Krampe Kipper. Dann haben wir zum Abtransport noch das Förderbandsystem von Grimme, gezogen von einem Steyr-Terrus. Und dann haben wir noch diesen kleinen JCP, da haben wir auch zwei davon. Ich weiß jetzt gerade aber nicht, wo der zweite ist. Ja, und ich werde euch jetzt einfach mal ein bisschen zeigen, wie wir das alles hier gemacht haben. Ich werde jetzt mal... Oh, drei Harvestern sind da, weil ich habe gerade vorher mit mehreren Freunden gespielt. Und dann brauchten wir mehr Harvestern. Ja, da steht der zweite JCP. Und ihr seht, wir haben auch bei dem Halt noch nicht wenig abgeholzt. Ja, am besten geht es hier, wenn wir gerade hinfahren zum Baum. So, den nehmen. Und dann einfach über den Durgang mit dem Baum schleppt er zum Hacker. Ich werde jetzt mal den Fendt-Hacker nehmen hier. So. So, was ich richtig angelegt. Und dann sieht das so aus, dass wir eben zuerst aufsteigen und den Hacker mal betätigen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. So, einsteigen. B. Steuerung. I. So, dann in den Harvester. Und dann haben wir einfach alle Bäume hochheben einfach. Und schon geht es ab. Ein Meter Stücke reinschneiden. Und dann sieht das Ganze so aus. Die Hack-Animation ist immer noch nicht die beste, aber das passt schon. Ja. Viel länger wird es dann auch nicht werden bei der Let's Play. Ich werde den Baum jetzt noch fertig schneiden. Ja, es werden noch weitere Let's Plays folgen. Wenn ihr keine Livestreams oder Let's Plays in der Zukunft verpassen wollt, folgt mir auf Twitter. Ja, das ist Riga. Und ja. Dann wird das Ganze rund gehen. Also wünsche ich euch noch viel Spaß. Spielt fleißig LS17. Und ciao. Ja. 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 1